Ahoa, Mr. Ahoa, Brokkoli, wir werden wieder hin. Ihr habt schon Eier händen waschen, oder? Also mit Seife. Hä? Was? Was? Nee, ihr wart's doch grad beim Biesel. Also entweder ihr händen waschen, oder ihr lasst sie nur stehen. Ja, das ist völlig egal. Sag mal, spinnst du, was redest, um uns zu bleiben? Du, das ist ganz... Entschuldig's bitte, mein Kollege, der hat halt noch nicht sogar geschlafen. Ähm, darf's vielleicht nur was sein? Okay.